Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Peter. Ich habe ein neues Hobby und zwar Specksteinbearbeitung. Da wird der Stein erst gesägt. Das Ganze soll ein Modellauto werden, VW-Bus T2, mein allererstes Modell bis jetzt. Rohform ist auf jeden Fall schon mal gesägt und ein bisschen geraspelt auch. Sieht lustig aus, dieser kleine Geselle. Sehr lustig. Ein echter kleiner Sympathieträger. Gefällt auch Kinder sehr gut.